Ja, jetzt habe ich hier eine Idee, wie ich mir die nächste Übernachtung mache mit Kolino. Tipps vom Xavo, habe ich jetzt etwas hier interpretiert. Schauen wir mal, was so für's wird. Gartenpolster. Das ist etwas für den Fussraum zu erhöhen. Das ist einfach ein schöner Schacht. Schlafsäcke. Ruhendepecke. Schrei ins Küsschen. Ja, das lassen wir ja da. Unsere Idee ist schon der Koffer unten. Der Koffer und innerhalb der Fussraum erhöhen. Finde ich gut. Jetzt habe ich hier auch eine Schachtel. unde bersendlich von Szene aus dem Käck Roman. Für diese Koffern ist noch高, mit der Nummerzu Teile kommt here und hier. Dich kann haben wir noch dargegen. Dich kann comprehensive Kofferung im Kofferung abbrechen. Daher ist noch bei vielen kleinen Kofferung, bei der Förs 미국 Siglauhrung. Dich kann ich weiß nicht gut, daily산 Spaung ausgym ine宜 an. Wir haben den Koffer und waschen Platz. Was ist denn da? Wir haben hier eine Bohnstifflüge. 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 Wir haben jetzt noch ein Bohnstifflüge. Wir haben hier eine Bohnstifflüge. Wechseln wir die Koffer in Nordkifflüge. Wir werden hier in Nordkifflüge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.